hallo herzlich willkommen zu einer neuen folge stars battle 2 wieder mit dem oliver dabei hat sich sogar gereimt aber es fängt schon mal mit einer bube an ja oder sind sie sagt mir doch dass sie von da kommen ja was sagst du immer was ich mache wenn ich schieße ja ich dachte schießt einfach so was war das für eine runde ich habe keinen schaden gekriegt ich auch nicht sie haben 6 100 punkte gemacht weil sie gestorben sind und du hast das beide kürze kräfte sack ok du musst auf boba gehen ja die kommen wieder von da wo war es im hangars lach drin erstaunlich das ist das period noch nicht einlässt ich bin gestorben ich habe ihn also ich hätte noch einen schuss gebraucht war es mal waffel okay jetzt wie sie bin okay ich habe keine ahnung ich habe die ganze zeit gedrückt und gehauen und dadurch habe ich diese attacke ist immer noch zwei viel früher beide gewesen wo war okay das wird jetzt ein schwer mit boba aber ich mache ich mache das ding kaputt siehst du schon mal was siehst du runter mit dir ich dachte holzen auf boba hat mir den rücken geschossen was für ein sack ja du warst auf einmal weg ich habe ich war oben auf dem hangar warst du weg auf den schiff traur warst du weg und auf einmal aus dem tod er ist doch nicht die beiden zügen gesehen die auf mich geschossen und eingeschlagen hat jeder kinder ist auch nicht mitbekommen oder ich überhaupt da auch mal mit drauf ich habe jetzt extra gemacht verloren damit es spannender wird auch fast man die schaden machen wollen wir direkt auf die drauf gehen ich habe jetzt schade ja wie du direkt reingehst oh nein ich wollte von hinten ich wollte von hinten oh alter du hast 100 punkte mehr sehe ich ja ich bin der beste ich bin der beste da hinten stehen wir da vorne bist du wieder abgestürzt oder war hast du es nicht geschafft ne ja fast war ich aus dem hangar rausgekommen da stehe ich siehst du also dass du in die hose geschossen nein ich sehe voll schick aus mit meinem sexy draht alter ovat da und Äh, Kylo. wir nehme ich dann den der am meisten schaden macht kannst du ihn auch so gut spielen ungefähr so gut er macht halt ex er macht halt nicht so krass damage dafür nimmt er halt die ausdauer wenn du blocks halt übelst weg jetzt hat es ein bisschen gerauscht das hätte ich doch gerne machen es ist so kalt im gesicht das sind so nachts schub in in die so in schnee reingedruckt wirst ich komme ein bisschen zurück ich hab damit so du wolltest ihm an der schaden macht reichte ja das reicht mir noch nicht stimmen müssen wir sich schnell anklicken es gibt kein chaos bam töte ihn töte ihn töte ihn ich bin der letzte überlebende ja alter er hat auf mich eingeprügelt ich hatte ein hp oder so und hab geblockt ich so töte ihn töte ihn töte ihn töte ich weil ich konnte nichts machen wenn ich drauf geschlagen hätte wäre ich tot gewesen ich bin der ausdauer ist ganz langsam runtergekommen und er hat einfach auf mich drauf geschlagen hast du für nen sack ok jetzt töten wir die mal ja das brauchen wir noch nicht, ich höre mal so oh da sind sie bam meiiiien oh fuck oh alter da hab mich in der luft geduldet so viel spaß du darfst du beide nehmen er hat 94 hp er hat mir erst meine fähigkeiten weggenommen das habe ich nicht gecheckt und wollte so ein sturmann machen hab ich die vorform der das nicht macht und dann hat er mir schad gegeben und dann wollte ich wieder machen keine ahnung es war mega komisch ich hab mega reingeschissen ich höre jemanden schwer atmen ja es sollte mir schaffen die kriegen ja komm mal hier ist ein x-ping hey oh ich hab dich wertlos genannt ehrenlos wertlos sie hat nix wo bist du der andere ist tot ich bin hinter dir ok warum wo ist hier oder ich geh mal hier so rum ok jetzt schneiden klammer du kleiner mann ich renne hinterher hallo ich wollte dachte ja haben wir gesehen ich wollte von hinten ich hab mich beide getötet äh wen spiel ich denn dann spiel ich count du ko ich hab ich auf level 2 was für fähigkeiten hatte der hab ich noch nie gespielt einmal so ein blitzangriff einmal beteilungsblitz du gegen land schwäche enthüllen okay ich hab keine ahnung was macht er hat die eine macht dass du selbst mehr schaden macht und die andere macht das also dieses duell macht mir schmacht mir mache ich mehr schaden ja das was ähnliches wie kailo raserei dann so wahrscheinlich na nee da macht dann einfach mehr schaden ab wenn du schlecht ok und f was ist f da kriegt dann der gegner mehr schaden ok wenn ich drücke dann kriege ich mehr schaden oder wie genau warum krieg ich dann mehr schaden weil du dann im duelland muss bist du mehr schaden machst du nicht mehr schaden au ich hab mich geschubst hat oh easy ich hab keine ahnung was ich gedrückt hab ich einfach drauf gedrückt ich hab diesen duelland modus aktiviert das heißt ich hab mir schaden gemacht oder wie ich hab keine ahnung ja ich sehe gerade so aus wo ich mir gerade an die hose pissen du siehst du siehst du siehst du siehst du siehst du gerade an die eier kratzen willst und so mit deinen zehen mit den zehennägel ja du hast zehennägel in deinen händen so die ersten beiden runden wieder easy gewonnen jetzt kommt die in der wir auf die fresse kriegen da gut dann auch nähe und auch noch auf der map das natürlich belastend mehr als belastend ist es nicht ist es gelassen und nicht entlasten es ist so belastend dass es zählasten wird und es ist schon so zählast dass es drin jastens das kriegen wir auch zwei neue gegner dann gibt es mal richtig defensiv spielen die stelle vor dem sturm geil ich habe mein spiel geschlossen so oliver ja was ist unser plan die fertig machen ja da war klar aber defensiv oder offensiv spielen was ich die sehe in den tunnel gehen kann man gerne machen wegen den granaten dachte ich jetzt okay jetzt leckt gerade ein bisschen bei mir warum auch immer siehst du die leckten müssen bei mir aber wir stehen da vorne rum alles kleid halt übel auch da ach du kopf alter du hast mein kühl geklaut ich hab einfach nur mit der raserei drauf gehauen so pam 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 ich hab halt mit der raserei unendlich viel ausdauern ist halt zick ich hab dann halt so viel schaden gemacht mit dem klaus man für die kills ja außer luke du kannst du gar kein schaden gemacht habe ich ja doch klar so doch stimmt ich hab das nicht gesehen sorry die runde war komplett lag jetzt angriff gegen haben solo können wir uns nicht verteidigen dann müssen wir töten sagen wir gleich mal dann schlagen wir müssen ich gehe fahren wo ist ja BATZ du wechseln du wechseln du klaus wer alle kills this was fair du stehst da so ich komme von der seite erst mal mit so einer krassen attacke und pügel den Kess mal kaputt und dann komm ich an und sag Hallo. Hallo sehr. Ich will auch noch ein paar Schaden machen. Vor allem du hast einfach viel mehr Punkt als ich, obwohl ich alle Kills hab. Naja, weil du einfach bloß die Kills geklaut hast. Ne, will ich jetzt nicht sagen. Okay. Oh, oh. Alter, wie viel Schaden hab ich gemacht? Ich würg sie nochmal ab. Boom. Du bist echt so ein Hopper. Ey, ich hab alle Kills. Obwohl du mir alle Kills geklaut hast, bin ich trotzdem Platz 1. Ich weiß. Aber nur knapp. Ey, die anderen haben gerade mal so viele Punkte. Ey, Oliver. Irgendwie wenig Punkte, die nur haben. Ey, die müssten ja allein durch Sterben kriegen die immer 600 Punkte, ne? Ja, ja. Guck mal, wie viele Punkte die nur haben. Ja, Standard. So, noch ne Runde. Naja, die ging schnell. Wir müssen bis es ne Runde gibt, wo wir übelst aufs Maul kriegen. Das waren aber übelste Loops. Nach 1000 Kreuzern kann ich mir ja Kanduku im Pyjama leisten. Wie viel Geld hast du denn dann? Äh, 40.000. Ah, ich hab 54.000. 54.000. Mmh. Ich hatte vorher 100.000, hab mir dann Kylo Wenskin gekauft. Oi. 40.000. 50.000. Als nächstes kommt, ich glaube, Chewbacca oder Yves dran. Fernsehen. Todesstern 2, oh ja. Haben wir Oh, yo. Warum nicht auf Todesstern 1? Hast du dich von Kylo Ren auch den Skin? Nee, ich spiel Kylo Ren so gut wie nie. Warum ne? Der ist doch voll krass. Ja, trotzdem. Wir haben die gleiche Taktik. Gleiche Taktik? Jo, verteidigen. Gleiche Taktik, verteidigen, verteidigen, gleiche Taktik. Willst du klauen? Ja, jetzt werden wir mal schauen wie viel der Küsse. Ja, ich hatte vorher 6. Vielleicht bin ich schneller als du. Ja! Ich habe jetzt Seiten getauscht. Oh shit. Oh alter! Alter, was will der denn? Oh fuck. Lol. Ich habe geblockt und Schaden gekriegt. Tötet er, er hat irgendwie wenig HP. Heinz Gesicht, ich habe voll kacke gespielt. So, schonmal 4.600. Ich habe so kacke gespielt. Ich habe es gemerkt. Alter, das war ja das kackeste EU West. Ich dachte mir so, der will jetzt keinen Kölner klauen. Ich war halt so komplex, dass er direkt auf dich drauf ging. Ja, ja. Ich habe gedacht so, warte, warte mal, Moment mal. Und dann war ich tot. Ich habe immer auf Ende kriegen gezielt. Und habe halt auf den geschossen. Habe ich mich gefragt, wo ist eigentlich Luke? Soll ich mal auf den schieben? Bleib blockt, wenn nicht. Dann kriege ich einfach mal Schaden. Ja, ich bin halt instant. Schaden habe ich instant schaden gekriegt. Okay, er geht halt darum. Ja, das soll aber wie vorhin. Warte doch, ich bin nicht so schnell. Ei! Ja, toll. Alles wegen dir, Alter. Ich habe dann eingetötet. Ja, ich gehe nicht nie wieder den gleichen Weg, den du gehst. Ja, töte ihn bitte. Habe ich. Beide schon wieder. So, wie viele Käse hast du jetzt? Ja, Junge, Alter. Ich kann nichts machen, Alter. Ich gehe da hin. Krieg voll aufs Maul. Ich folge dir nie wieder mehr. Sieg. Tja. Das war die schlechteste Runde, die ich jemals gespielt habe. Das war eine meiner besten. Das war mal die schlechteste Runde, die ich je gespielt habe. Ja, ich habe es immer zwei auf einmal getötet. Die andere Runde, die war... Die war... Gut, die andere Runde. Aber auch nicht so gut. Ich musste halt alles machen. Ja, weil... Keine Ahnung. Weißt du? Ich gehe hin mit Grievous. Was passiert? Oh, da ist ein Anakin. Haut einmal auf dich drauf. Hast du nur noch Hälfte Leben. Dann willst du blocken. Oh nein. Geh, blockst du zweimal und dann kriegst du nochmal richtig Schaden. Okay. Ich guck mir das in der Aufnahme nochmal an, Alter. Was habe ich denn da falsch gemacht? Also ich komme da an, hau einmal zu, guck dann auf meine Leben. 91 Leben. Da dachte ich mir so, ja moin. Haben die beide auf mich gekloppt oder wie? Naja, ich habe Han Solo erstmal massener Schaden ge... Ja, ich habe Han... Hat Han Solo mir seine scheiße Tornaterladung in die Sack... in die Fresse gehauen oder wie? Kann sein. Auf mich habe ich sie nicht geworfen. Ja, weil... Sonst weiß ich nicht, wie sie nicht Leben ich bekommen hätte. Der hätte mir die halt so wahrscheinlich in den Kopf reingeworfen und dann kam Anakin nochmal. Ja, aber ein 4. So, jetzt folgst du mir und nicht mit dir. Sie haben doch eben gewonnen. Ja. Ich habe sie... Ich habe sie so krass fertig gemacht, dass sie gelieft sind. Ja, Alter, ich folg dir nicht mehr. Ich zieh jetzt mein eigenes Ding durch. Ich bring dich... Ich bring einfach dich um. Okay, ja, ich kann mich mal halt raushalten, dann sehen wir uns mal. Ja, dann ging ja 2 auf mich, dann habe ich auch gar keine Chance. Ja, dann mach doch. Ist vorhin bei mir auch so gewesen und ich habe sie fertig gemacht. Ja, wahrscheinlich. Ich habe auch... Ich habe halt Solo fast getötet, ne? Ja, nee. Ja, dann hatte ich meinen Rocket Brawl auf... Nein, ich habe den... Der hatte vielleicht nur 91 HP und dann hast du den Rocket Brawl reingehauen. Äh, nee, ich war ja schon vor dir da. Du hast mich umgebracht. Darum kommt mein ganzer Schaden her. Es ist folgt die Fire aktiv. Das wird mein Special Video. Ich muss jetzt meine Ehre wieder herstellen. Ja, jetzt darf der Lining gegen die beiden antreten. Oh nein. Und jetzt sind das die übelsten Schwitzer, weißt du? Ja. 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 Aber darf man dich auch nicht vergessen, du bist ja schon seit 4 Stunden eingespielt. Naja. Ich habe halt 20 Minuten vor dir angefangen. Was hast du? 20 Minuten vor dir angefangen. Davor habe ich ein paar... Achso. Was hast du denn da gespielt? Galaktische Eroberung von, äh, Secret... Okay. Ja, und? Wenn jetzt keiner kommt, dann wird es doch keine Special Folge. Ja, ich glaube, das wird nicht so. Oliver. Warte noch ein bisschen. Ja, ich will jetzt auch keine halbe Stunde das Video machen. Ja, jetzt fehlen zwei. Jetzt behandle ich die Folge auf jeden Fall. So, dann sage ich von meiner Seite tschau. Was sagst du? Ähm... Ja. Oliver sagt gar nichts mehr. Der ist jetzt... Sagst du mich nicht? Ne, ich höre dich nicht. Achso, okay. Ja. Dann komm, sag was. Sag noch tschau. Wie gesagt, deine Erde wird nie wieder hergestellt werden. Tschau. Doch, die wird irgendwann wieder hergestellt. Tschau. Tschau. Tschau.